Es ist zu viel hier. So ist sehr gut. Es ist ganz so richtig. Der Vorschlag gut zusammen auf meinen zweiten Schlag. Das ist der einzige Takt, meine Herren, im ganzen Stück, den ich ein bisschen retardiere und so einfach aus dem Grund, damit das Crescendo und Diminuendo gut kommt. Einzig der, da wo die Klarinette dazukommt, das ist, was weiß ich, sieben, dreiß, zehn, sechzehn, der siebzehnte, glaube ich, ist das der siebzehnte? Ja, gut. Die. Jetzt war's gut, der Vorschlag. Zu viel, zu viel. Da sind ja piano akzente, Gelb. Dann ist das, was weiß ich, sieben, dreiß, zehn, sechzehn. Untertitelung des ZDF, 2020